Nicht das, was du predigst, ist relevant, sondern nur das, was du akzeptierst und da kann man eine schöne Linie dann ziehen, dafür, ob du quasi erfolgreich bist, weil du kannst dir deine Gedanken gemacht haben und du kannst das predigen die ganze Zeit, aber wenn du es nicht nachverfolgst und dann nicht sicherstellst, dass das, was du dir vorstellst, dass deine Erwartungen und deine Wünsche im weitesten Sinne auch dann in die Tat umgesetzt werden, dann musst du dir auch wieder die Frage stellen, wie viel liegt dann am anderen, dass er es nicht gemacht hat, ja, okay, aber wie groß war dein Beitrag dazu, dass du es einfach nicht entsprechend eingefordert hast. Das ist natürlich dann auch leicht zu sagen, ja, ich habe es ja eh gesagt, aber alle anderen haben es halt nicht gemacht, ja, da sind wir jetzt wieder bei dieser Verantwortung von, du hast ein schlechtes Feedback für dein Team bekommen und du drehst dich um und sagst, ja, ich habe es ja eh gesagt, sie sollen das tun, aber haben es halt leider nicht gemacht, ne, und dann sagst du, ja, das ist ein bisschen zu einfach und vielleicht mit diesem Ausklang von, überleg dir gut, ob es an dir liegt oder ob es am anderen liegt, sollten wir vielleicht zum Schluss kommen. Ja, es kann schon sein, dass es am anderen liegt, aber es gibt eine Riesenchance, nochmal zurückdenkend, dass es auch an dir liegt.